Ist hier, ist hier. Danja, Pause. Eins, zwei... Ey, das kann nicht wahr sein. Warum wurde ich jetzt erwischt? Warum wurde ich jetzt erwischt und er steht direkt hinter der Tür? Was ist das denn, Mann? Das ist voll nicht fair, man hört ihn gar nicht. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Pause-Challenge heute bei ABC Laura. Äh, was heißt eigentlich, die ist Laura? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Äh, Leute, also, wir haben das ja letztens schon mit Lena gespielt. Und ich dachte mir, hey, weil dieses Spiel natürlich so buggy ist, lohnt sich bestimmt eine Pause-Challenge, dass wir uns noch mehr aufregen. Äh, Lore ist die Hintergrund-Geschichte. Aha, okay, 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 verstehe. Also, Lore ist einerseits ein weiblicher Vorname, es bedeutet Hintergrund-Geschichte und es ist das Teil, was in Minen ist und das in Minen abgebaute Zeug transportiert. Aber wahrscheinlich ist es Hintergrund-Geschichte jetzt in diesem Fall, in diesem Kontext. In diesem Fall, ja. Leute, also, wir machen die Pause-Challenge dann ja. Mhm. Äh, ich weiß, es ist ein bisschen buggy und so, aber versuchen trotzdem, äh, trotzdem sozusagen pro Runde höchstens zweimal Pause, okay? Okay. Und sobald Pause ist, 20 Sekunden gar nichts machen, okay? 20 Sekunden. 20? Ja, 20 Sekunden. Und man zählt selber, sozusagen. Das ist ja richtig schlimm einfach. Ja, und, äh, hier sind, hier sind sie ja richtig schnell, diese Wesen. True. Und jetzt kommt wieder das A wahrscheinlich hier durch. Ja. Aber die sind schon richtig gruselig. Leute, gefällt euch das Spiel? Ich glaube, ja, weil ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Aus diesem Grund dachte ich mir, komm, machen wir noch ein paar Challenges. So, als erstes wieder Generatoren an. Ja. Und wie gesagt, man kann ja auch sprinten. Ach, das ist so dunkel schon wieder in diesem Spiel. Bitte? Das ist so dunkel schon wieder in diesem Spiel. Oh, hier ist doch safe irgendwer. Ist wahrscheinlich... Ah! Ist hier, ist hier. Daniel, Pause. Eins, zwei... Ey, das kann nicht wahr sein. Warum wurde ich jetzt erwischt? Warum wurde ich jetzt erwischt und er steht direkt hinter der Tür? Was ist das denn, Mann? Das ist voll nicht fair. Man hört ihn gar nicht. Oh, Mann, ey. In der letzten Sekunde hat er mich jetzt noch gesnackt. Oh, ey. Was ist das denn wieder für ein Spiel, Mann? Und ich habe kaum noch Robux. Super. Ja, großartig, Kahn. Da bist du ja top vorbereitet. Ja, super. Ich merke es gerade. Oh, unfassbar. Okay, ich habe aber einen Generator angemacht. Wurde du eigentlich in deiner Pause erwischt oder danach? Ja, in der allerletzten Sekunde von meiner Pause. Tja. Danke dafür übrigens. So ist das. Mhm. Ich frage mich auch, ob sozusagen die Taschenlampe, wenn man sie ausmacht, ob A uns dann noch sieht. Weißt du? Also auf jeden Fall siehst du A dann nicht mehr. Ja gut, aber der ist auch die ganze Zeit hinter der Tür und ich sehe ihn trotzdem nicht. Das ist sowas von schlimm. Ja, dieses Spiel ist brutal dunkel. Also das ist sehr schwer. Könnt ihr mal bitte die Generatoren anmachen? Was ist denn los? Ich habe bisher nur die drei, äh, kommen von mir. Ja, ich habe einen jetzt gerade gefunden. Ich konnte leider noch keinen weiteren einschalten, weil du mich ja in die Pause geschickt hast. Ah! Okay, ich habe noch einen gefunden. Eigentlich ist es ein gutes Spiel, aber es ist halt ein bisschen buggy. Mhm. Dann ja Pause. Kann gerade nicht. Ich bin gerade gestorben schon. Oh. Also vielleicht willst du das Pause zurücknehmen. Ja, ich, ich ziehe es zurück. Obwohl, nee, ich nehme das, ich nehme das. Oh. Wow. Was ist? Direkt am Spawn war gerade einfach, ah, also. I guess meine Pause ist um. Schon 150 Roblox reingebuttert. Weißt du, ich glaube, ich mache, ich glaube, ich lasse auch so ein Spiel machen, wo man so ständig stirbt und sich reviven muss. Und dann spielen das so Roblox-YouTuber und müssen da einen Haufen Kohle reinbuttern. Ja, wieso nicht? Wir sind ja so dumm. Okay, wahrscheinlich hier raus kann ich nicht. Ah, hier ist der Keller. Den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Ja, der ist auch ziemlich gruselig, muss ich sagen. Ja, ist er wirklich. Okay. Du bist im Keller, hast du gesagt, ne? Mhm. Okay, dann gehe ich einmal in die Cafeteria. Oh, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Aber ist er in der ersten Nacht nur A unterwegs? Oder in der ersten Runde, sage ich mal. Ist ja halt, glaube ich, alles eine Nacht. Okay. Ich glaube, ja. Boah, der Keller ist halt auch so ultradunkel. So, du siehst halt nicht weit. Das ist schon echt tricky. Das finde ich hier nicht mehr raus, ne? Ach, nö. Wir sind auch einfach nur noch alleine auf diesem Server. Alter, na toll. Na großartig. Aber Danny, ich finde es gut, dass du bei mir bisher noch kein einziges Mal Pause gesagt hast. Ach so, ja. Dann ja vergiss das voll. Pause. Aber gut, dass du weißt, in welcher Challenge wir sind. Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier, neunzehn, zwanzig. Okay, auf den Tischen steht hier auch, help me. Ja, ich komme nicht mehr aus dem Keller raus. Kannst du mich mal abholen? Ja, ich hole dich ab. Ich habe mich im Keller verlaufen. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, glaube ich. Aber ich finde hier nicht mehr raus, ey. Ich habe hier die zwei Generatoren drin angemacht. Komm mit, komm mit. Hier links. Ah, okay, danke. Ja, bitte. Du hast schon wieder so einen Hammer auf deiner Dings drauf. Ja, ich weiß. Ach, das ist kein Hammer. Das ist mein Rucksack, der durch diesen Rucksack guckt. Ach so. Ja, das ist einfach nur mein Rucksack, der durch diesen Rucksack guckt. Verstehe. Okay, ich glaube, in den Klassenräumen müssen noch welche sein. Also sollten wir die Klassenräume noch durchsuchen? Einfach jetzt müssen wir das alleine spielen. Oh, wie schlimm. Okay, also hier ist der Generator an. Der ist an. Ah, hier. Ich habe einen noch gefunden. Fehlt ja jetzt nur noch einer, ne? Es fehlt nur noch einer, genau. Danach wird es ja aber auch nicht hell, oder? Nö. Danach geht es genauso schrecklich weiter. Großartig. Hallo. Okay, Blue ist auch hier anscheinend. Zumindest ist es eine Figur. Das sind halt die ganzen Generatoren, Mann. Ja, es ist nur noch einer. Aber ich finde, so einen halt zu finden, ist noch schwerer, weil alles, was du halt findest, sind die ganzen, die man schon eingeschaltet hat. Und die Map ist halt riesig. Ja, das ist so das Problem, ne? Pause. Eins, zwei, drei, ja. Genau in diesem Moment, wo er kam. Danke. Danke, Danja. Vielen Dank. Habe ich gut abgefahren, den Moment. Vielen Dank. Bitteschön. Jetzt meinen letzten Robux muss ich jetzt sogar ausgeben. Ja, und was machst du dann, wenn deine... Dann habe ich die Challenge verloren. Dann darfst du alleine spielen, Danja. Ich spiele das dann nicht alleine. Doch. Das macht doch Spaß, wenn du das alleine spielst. Ich spiele das safe nicht alleine, vergiss den. Aber du bist sicher, dass du im Keller alles angemacht hast? Da sind zwei Generatoren, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich bin da die ganze Zeit rumgelaufen. Wenn, dann muss ich halt echt hart dran vorbeigelaufen sein. Ah, ich glaube, in der Library waren wir noch nicht. Stimmt, aber ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Ja, okay, ich habe sie zufällig gefunden und hier ist auch der letzte Generator, okay. Sehr gut. Okay, ich habe es geschafft, aber dadurch, dass wir gestorben sind, haben wir jetzt keine Zwischensequenz mal wieder. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, was hier die Storyline ist, aber wir müssen jetzt die Buchstaben einsammeln. Ich glaube, jetzt müssen wir die Buchstaben finden und jetzt ist auch, äh... Wir sehen aber nicht, du siehst nicht, wie viele Buchstaben noch fehlen, ne? Wir sehen nicht mal, ob wir alle haben. Okay, ich habe bisher, komm, zähl mit. Ich habe einen gefunden. Ich habe zwei gefunden, das heißt, wir müssen drei. Wir sind bei drei. Okay, dann ja Pause. Ich mache mir hier einen Timer an. Das geht ja hier so nicht. Ach man, ich kriege immer so einen Schock, wenn ich den sehe. Also ich habe schon vier Buchstaben. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich war gerade in der Pause. Ähm, also ich habe jetzt meinen dritten Buchstaben eingesammelt. Das heißt, wir müssen jetzt bei sieben sein, ne? Ich habe sieben Buchstaben jetzt schon und jetzt acht. Ja, dann zähl doch mal immer für uns beide mit. Wir wissen ja auch nicht mal, wie viele insgesamt wir einsammeln müssen. Neun. Also ich habe neun. Ich habe jetzt neun. Wie viel hast du? Ich hatte jetzt meinen vierten, glaube ich. Dann sind wir jetzt bei 13. Ja, aber wie viele müssen wir denn insgesamt einsammeln? Ja, ich denke mal 26, ne? Das ganze Alphabet. Ach so. Okay, jetzt haben wir noch einen 15. Ich habe noch einen 16. Daniel, Pause. Ist eigentlich blöd, weil wir wollen uns ja helfen und dieses Spiel durchspielen, aber... Aber es ist so verbatgt. Das macht mich ein bisschen fettig. Ja, mich ja auch. So. Pause ist over. Hast du in der Zwischenzeit nochmal Buchstaben gefunden? No, in der Pause habe ich Buchstaben gefunden. Jetzt habe ich einen gefunden. Ja, davor meine ich. Jetzt habe ich einen. Okay, dann sind wir bei 17. Empfehlen uns noch neun. Mhm. Pause. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, 20. Meine Kamera ist ausgegangen. Ich mache es sofort. Ich habe noch einen Buchstaben gefunden. Oh Gott. Dania? Dania, bist du noch da? Ja. Warum? Weil ich dich nicht gehört habe. Ja, ich habe mich erschreckt. Achso, okay, ja gut. Dann habt ihr das gehört. Discord schützt mich da immer. Ja. Okay, hast du da einen Buchstaben gefunden? Ich sage es dir immer, wenn ich welche finde. Okay, ich habe noch einen gefunden. Ich glaube, jetzt fehlen noch sieben. Ja, irgendwie snackst du die alle weg. Pause. Okay, eins, zwei, drei, vier. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah! Okay, ich habe noch einen Buchstaben gefunden. Ja, ich habe jetzt auch gerade noch einen gefunden. Okay, dann fehlen uns nur noch fünf, glaube ich. Jetzt habe ich noch einen. Noch einen? Okay, komm, wir laufen mal zusammen rum. Wir haben ja auch beide keine Pause mehr, ne? Ah, ah. Das heißt, wir können jetzt mal wirklich zusammenarbeiten. Ah, ich habe noch einen. Sehr gut. Ich habe jetzt nur noch drei Buchstaben. Hier ist einer. Hier ist noch einer. Habe ich? Fehlen nur noch zwei. Hier ist noch einer. Ich glaube, es fehlt nur noch ein Buchstabe, Dania. Warte mal, ich schaue kurz hier in diesem... Nö. Ich habe immer so Angst in dieser Turnhalle, weil da ist irgendwie immer was. Ja, Mann, das ist voll schlimm hier. Das ist richtig schlimm. Ich schaue mal hier sozusagen an. Ah, ich müsste jetzt den letzten Buchstaben gefunden haben. Okay, dann müsste jetzt, glaube ich, als nächstes müssten Bücher... Ah, ist hier. Pause. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Also, ich muss sagen, also, wir stellen uns dafür, dass wir alleine sind, stellen wir uns gar nicht so schlecht an. Ja, aber ich glaube, uns fehlt tatsächlich trotzdem immer noch ein Buchstabe, weil ich finde halt keine anderen Sachen. Ja, ich glaube auch, dass noch ein Buchstabe fehlt, weil sonst wäre jetzt eigentlich... Es wäre schon was anderes... Oh, ah, ist da, ah, ist da. Das heißt, du hättest eigentlich gar nicht Pause sagen dürfen, ne? Ja. Ja, danke. Ah, okay, warte hier. Ich glaube, jetzt habe ich den letzten Buchstaben gefunden. Ja, mich hat gerade auch A erwischt. Sehr gut. Also, ich habe gerade einen Buchstaben gefunden und jetzt müssten eigentlich die Bücher spawnen. Aber ich finde keine Bücher. Ich auch nicht. Ich finde gar nichts, hör mal. Ist das schlimm, Mann. Hä, sind wir so schlecht im Zählen? Ich habe auch B noch gar nicht gesehen. Ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht, schon wieder Kahn. Ich glaube auch, wir haben das Spiel gedribbelt. Ja, weiß ich nicht, ob man das Dribbeln nennen kann, oder? Ich glaube, wir haben einfach noch nicht alle Buchstaben gefunden. Ja, aber... Das kann ja nicht sein. Gibt doch im englischen Alphabet nicht mehr Buchstaben als... Wollte ich gerade sagen, haben wir ein anderes Alphabet? Oh, oh. Hier ist noch einer. Ich habe das N gerade noch gefunden. Okay, jetzt sind Notizblöcke da. Okay, ich habe den letzten Buchstaben eingesammelt. Aber ich weiß nicht, wie viele. Dann hast du dich ja hardcore verzählt. Ja. Ja, Notizbücher weiß ich leider auch nicht, wie viele da auf der Map rumfliegen. Ja, wir zählen einfach mal. Wir zählen einfach mal mit. Also, ich würde sagen, bis wir noch einmal sterben. Ich würde sagen, wir haben noch ein Leben. Mhm. Wisst ihr, wie viele Notizbücher es gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich mal interessierend. Äh, dann in der Pause. Ich gehe in der Pause mal ganz kurz zu meinem Kind. Warum ist A bei mir? Oh, jetzt geht die Musik auch nicht aus. Oh, ich kriege gleich zu viel. Oh, jetzt geht die Musik nicht aus. Was ist denn mit diesem Spiel hier los, Mann? Ihr könnt das gerade nicht hören, Leute. Aber die Musik geht gerade nicht aus. Und Danja hat sich natürlich, Danja ist natürlich wieder weg einfach. Das ist wieder so typisch, Danja. Sie verschwindet einfach mitten im Video. Oha, ich habe voll die lange Pause gemacht und ich wurde nicht erwischt. Hör mal. Oh, bei mir geht die Musik nicht aus. Die Musik geht nicht aus? Ja, wenn A sozusagen in der Nähe ist. Ach so. Ich weiß auch nicht, wie viele Notizbücher es gibt. Danja, Pause nochmal. Danke. Ich war doch gerade in der Pause. Ja, trotzdem nochmal. Also ich weiß echt nicht, wie weit wir sind in diesem Spiel. Aber es ist sehr, sehr bedrückend gerade. Okay, that's it. Weiter geht's. Ich finde es wirklich bedrückend. Auch weil wir alleine sind einfach. Ja. Ich habe viele Notizbücher gefunden, aber ich weiß halt nicht, wie viele wir finden müssen. Ein Plan. Gut, dass das Spiel so gut funktioniert. Oh, warum ist... Hä? A steht hier einfach. Hä? Ich glaube, ich habe... Hast du A kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe A kaputt gemacht, Danja. Ich glaube, das ist nicht die Pausen-Challenge, sondern das ist die Wie viele Bugs kann man freischalten-Challenge. Doch, doch. Ich glaube, ich glaube, A macht bei der Pausen-Challenge mit. Und ich glaube... Ja. Wirklich. A macht gar nichts mehr. Also, ich würde sagen, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um das Video zu beenden. Ja, wir haben es gut gemacht. A macht bei der Pausen-Challenge mit. Ja. Er wusste, dass wir die Pausen-Challenge machen. Der bleibt einfach hier stehen. Danke, A dafür. Also, das ist mal ein cooles Spiel, wo ein Spiel mal mitdenkt. Dankeschön. Auch, wenn es aus Versehen ist. Ja. Also, einen besseren Zeitpunkt, einfach stehen zu bleiben. A hättest du dir nicht aussuchen können. Aber ich glaube, B und so ist gar nicht da gewesen. Was denn, wenn ich jetzt nicht reinlaufe? Es passiert auch nichts mehr. Also, der ist komplett Pause. Der macht eine komplette Pause, Leute. Wow. Finde ich schön. A hat sich freigenommen. Der hat jetzt Urlaub. Finde ich sehr, sehr schön. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, hier bei der Pausen-Challenge, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Danja. Tschö. Tschö.